Ubisoft, Techland, Chrome Engine 5 und damit herzlich willkommen zu Call of Juarez Gunslinger, einem neuen kleinen LP von mir möchte ich sagen. Und wir fangen direkt an hier mit Spielen, denn hier gibt es Story, Arcade und Duellmodus. Wir fangen mit dem Story Mode an, spielen vorerst mal auf Normal, vielleicht ändern wir den Schwierigkeitsgrad ja während des Spiels noch auf Schwer. Wir werden mal sehen. Whoa, easy boy. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Named Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman, who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Aha, hier wird gerade erklärt, was hier welche Waffen sind. Um das Spiel zu starten. Ja, dann starten wir das Ganze mal. Schauen wir mal, was uns erwartet. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinkins Springs. Ah, okay. I threw in with the kid because a man I had sworn vengeance on was riding with Billys enemies. But before I tell you why I want that some bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. Also ich muss ja ehrlich gestehen, das sieht echt geil aus. Ja, also, äh, da haben die Entwickler echt mal sehr geile Arbeit geleistet. Grafisch auf jeden Fall ein Hingucker, ja. Sehr schöne Details überall. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier lang müssen. Drücke hier oben, das aktuelle Missionsziel anzusehen. Okay, machen wir doch mal. Kehre zum Versteck zurück. Ah, okay. Also, jetzt müssen wir hier die Acht knallen. Bam. Erfahrung verdienst du durch das Erledigen von Gegnern. Du brauchst sie, um durch Levelaufstieg zusätzliche Fähigkeiten zu verdienen. Okay. Ah, geil. War das Kat Gerrits Posse? Oh, ja. I heard the shots and I knew I had to move fast. Bezeitige die Fahmrunde in das Fahmhaus. Okay, also ich muss sagen, ich bin... ...sehr begeistert. Und feinleid deine Konzentrationszeige auf. Drücke Kuh. Ah, geil. Hammer. Bin begeistert. Ja, Mann. Was willst du? Komm her. Richtig schön eine reindrücken. Okay, also ich muss sagen, das Kampfsystem gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, dass meine Maus noch ein bisschen empfindlich ist. Okay, es gibt hier auch Geheimnisse. Du bist aufgestiegen. Drücke U. Okay. Drücke U. Du kannst dir einen Fähigkeitspunkt ausgeben. Wähle eine der drei Fähigkeitskategorien und erwirb die Fähigkeit ganz links. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, was ist das Akimbo Revolverheld, beidhändiger Revolver, schnapp dir zwei Revolver und zeigst ihn. Während du einen Revolver helfst, kannst du mit, was, mit Drücke Mausrad nach unten oder mit Hilfe von drei beidseitig ziehen. Ja, dann wollen wir die mal erlernen. Okay. Okay. Okay, wir müssen hier also auch gut in Deckung gehen. Na, wo ist denn hier? Na, wo ist der andere hin? War doch noch einer. Du kannst natürlich nur bei Vollstrengung auf deiner Todesahnung ausweichen. Weiche den Kugeln aus, indem du mit A nach links. Wow. Okay. Geil. Wow. Hier geht's richtig zur Sache. Ah, okay. Sehr geil. A lot of them were Saddle Tramps or Sodbusters or drunken Drifters looking to make a future. Haha. Leicht zurückziehen? Ja man. Hier, gib ihm. Kopfschuss. Ja. Okay, drücken wir mal O. Kämpfe dich zum hintereingang des Farmhauses. Durch. Okay. Ich habe mal ein bisschen nachladen hier. So, Headshot. Tja, dann schauen wir mal rein. Okay, der gehört zu uns. Billy, der Kugel. Ja, Kollege. Okay. Und upstairs habe ich Billy und Charlie both. Hey, du liebst das? Billy, der Kugel. Schlau wie ein Fuchs, mit 21 schon 21 Opfer. Billy looked at me and said About time amigo Grab a gun and get to the window Wait, so you were friends with Billy the Kid Yeah, sort of Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming So, let's go and continue I don't know how many of those Die Toxsuckers habe ich persönlich festgestellt, aber es war ziemlich klar, selbst zu Billy, dass vielleicht Discretion war die bessere Teil des Valor. Was ist das? Das bedeutet, dass es Zeit für Kutte und Ruhig ist. Sie haben einen Gatlin, Billy. Geh die Horsen und bringe sie zurück. Ich habe ihre Aufmerksamkeit. Jungen, Jungen, Jungen. Er hat diese Ordnung auf mich. Und ich dachte, warum muss ich das machen? Hol die Pferde aus dem Stall, okay. Okay, da kann man nicht raus. Die Kuh um die Tür aufzubrechen. Ja, komm her. Ja. Kann man das nicht ausgeben, sagen Sie? Nicht? Ah, okay. Herr Greaves, bitte weiter. Bitte, nimm mich Silas. Jetzt, wo war das? Will nicht sterben. E zum Benutzen. Ja, dann gehen wir mal hoch hier. F für Nahkampf. Oh, wow. Zack. Haha. Das klingt, wie Gerrit hat einen ganzen Regiment geholfen. Oh. Na, was ist los? Komm. So. Wir sind aufgestiegen. Wir können U drücken. So. Ranger, Scharfschütze auf großer Distanz. Trapper, Nahkämpfer. Na, schauen wir was es hier gibt. Okay. Äh. Visieransicht. Verlangsam die Zeit. Nimm die Zeit beim Zielen. Beim Zielen mit einer langen oder einhändigen Waffe. Hilft dir eine kurze rechte Maustaste. Konstellationsähnliche Verzögerung. Gerade lang genug, um perfekt zu zielen. Ja. Machen wir doch grad mal. So, was haben wir denn für Ziele? Oh. Hol die Pferde aus dem Stall. Okay. So. Okay, hier ist der Stall. Wir gehen hier mal ein bisschen durchs Gemüse. Ich trau dem Frieden hier nicht ganz. Da ist bestimmt... irgendwas faul hier. Sag ich doch. Ja, da poliert er noch seinen Stern. Stolz, gut aussehend, ungeschickt. Pat Garrett. Du hast ihn für einen Showdown gemacht. Hast du das in einem Schicksal? Es war gesagt, dass er keinen Angst vorgesehen hat, als er deine Mäsche mit Augen wie ein Rattlesnake nahm. Halte deinen Gegner mit der Maus im Fokus. Drücke leer, um fortzufahren. Wow, also das ist gar nicht so einfach. Wenn der Gegner das Waffe greift, drücke linke Maustaste, um die Waffe zu ziehen. Ziele mit und schieße dann mit linker Maustaste. Ah, okay. Du bist tot. Du warst in 80,8% fokussiert und dein Reaktionstag lag bei 0,390 Sekunden. Okay. Müssen wir das Ganze nochmal probieren. Das ist gar nicht so einfach, sag ich euch, Leute. Oh, der ist immer schneller als ich. Junge, Junge. Okay. Da muss ich wohl noch ein bisschen üben. Ja, das probieren wir gleich nochmal. Müssen wir ja wohl. Also die Maus. Ich muss euch sagen, die Maus, das ist ziemlich schwer. Ja, wenn man da bloß die Maus einen Millimeter auf dem Pad hier bewegt, geht das schon richtig ab. Ja. Wie soll man das schaffen? Hm. Ich habe schon mal eine bessere Reaktionszeit. Okay. Ah, komm her. Haha, jetzt haben wir's. Ah, mit Shift gedrückt kann man also rennen. Und dann kam in die Seite und... Ah! Das letzte was ich hörte war Garrets Worte. Das ist nicht Billy. Und dann geht's weiter. Wie hat es endet? Und... Boah, das war nur das Beginn. Erledigt 69. Präzision 79%. Waffe der Wahl. Sechs Schüsse. Auszeichnung der Wahl. Im Fallen. Duell. Pat Garrett. Ehrenhaft getötet. Fokus 96,3%. EP Bonus 2930. Schnelligkeit 52,9. Gesamtzeit 0,616. Merkets der Wahrheit 1 von 3. Ok. Scheint fast ein bisschen zu leicht gewesen zu sein. Zu Schwierigkeitsgrad schwer wechseln. Der Schwierigkeitsgrad ist jederzeit in den Erspürzeln einschübert. Aber komm, ja. Mach mal einfach mal, ja. Jetzt haben wir auch auf Schwer durchspielen können. Ja. So, was ist passiert? Garret hat dich verabschiedet? Ja. Nachdem ich hierher kam. Der Mann hat mich mit seinem Kult geklappt. Und die Kinder verabschiedet? Als er erinnern hat, dass es kein Gehen aus dem Leben gibt. Also haben sie dich in Lincoln geschlossen? Wahrscheinlich haben sie es gemacht. Sie verabschiedet mich, um mit dem Kind zu hängen. Es ist wichtig, zu wissen, dass ich nur mit Billy gefahren bin, so dass ich den Kerl gefunden habe, den ich nachher war. Er war mit John Kinney. Da war die ganze Bandmerein. Und sie wurden die Streckeitsminder an Billy's Regulators. Jochen Kilogram.